Wir reisen durch Europa. Auf der Suche nach der letzten Wildnis auf diesem Kontinent. Wir erzählen von Abenteuerlust auf den schneebedeckten Gipfeln der Tatra. Folgen den Spuren bedrohter Bären in Spanien, und wir tauchen ein in die Unterwasserwelt des Mittelmeers. Mit unseren Kameras werfen wir unseren Blick in die fast unsichtbare Welt der Insekten. Auf unseren Reisen begegnen wir Menschen, die ihre Liebe zur Wildnis zum Beruf gemacht haben. Kommt mit uns auf eine Reise zu den letzten wilden Orten in Europa. secretly pour ihr wenigstens auf den Weg. Abenteuerlust auf den Weg gehen mit unsichtbar zu reisen. Wegel von Sch erreicht in der Welt Poor ich bin unterzogen. Finden wir an diesem Thema, aber auch deutlich geräum des Fl incompetenten, Untertitelung des ZDF, 2020